willkommen zum mindcast deinem virtuellen wohnzimmer wo bin ich denn hier gelandet ich meine schön ist es hier ja aber nicht so schön wie in winden hallo bist du denn wir versuchen hier gerade den mindcast aufzunehmen ja ja mindcast schön und gut aber wir werden auch einen podcast zusammen aufnehmen scheinbar erst in deiner zukunft gehe einfach auf sigmundus-podcast.de und folge den spuren spuren was für spuren du ich muss jetzt aber auch los aber vergiss nicht wenn vögel fallen und kinder verschwinden dann ist klar wir sind in winden willkommen zum mindcast deinem virtuellen wohnzimmer für alles rund um spiele filme und serien sowie alles was dein nerd herz höher schlagen lässt und hier sind deine gastgeber markus und christian multi kill 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 hallo christian hallo nerds tach nerds und überhaupt wie geht es euch wie geht es mir mir geht es wundervoll danke dass ihr fragt und die christian danke dass du fragst hallo zusammen ich bin der christian hi willkommen auch von mir aus hier an den geräten zu hause quer durch den äther zu mindcast ich merke schon du wusstest nicht worauf ich hinaus will du hast nie die wochenschau früher geguckt doch natürlich aber aber ich bin schon alt und meine gedächtnisslots werden überschrieben mit neueren informationen ach so du hast nur ram bausteine in deinem kopf disketten disketten aber die guten fünf ein viertel zoll oder die dreieinhalb dreieinhalb ah die kleinen ja egal das man merkt wir haben eine weile nicht aufgenommen tatsächlich ja es ist schon wieder pures chaos hier ich diebs also wir sprechen heute über ein thema das sich der christian ausgesucht hat und zwar hat er mitgebracht das thema spielezeitschriften versus online artikel so im weitesten sinne genau mal gucken wohin sich das thema so entwickelt aber es soll im prinzip so ein bisschen darum gehen spielezeitschriften und online artikel eben auch auf spielebezug sagen wir jetzt als beispiel games da online eben gegenüber zu stellen zu schauen was sind so ein bisschen pro oder kontra argumente dafür was spricht dafür oder dagegen das eine oder das andere zu nutzen und ja wie wie stellst du es dir vor wollen wir erst mal pro für beides kontra für beides oder pro und kontra von einem pro und kontra vom anderen oder einfach wild durcheinander wie wärs mit wild durcheinander okay finde ich gut wild durcheinander gefällt mir immer am besten in jeder lebenslage deswegen ja ich kenne dich ja in jeder lebenslage vor allem in der lage oh ja geil mann so war übrigens auch sehr schön ich habe mit deiner frau ein podcast hier aufgenommen für das kompendium was ihr übrigens hören könnt auf kompendium-podcast.de ein rollenspiel podcast kurze und knackige folgen die folge die ich mit deiner lieben frau aufgenommen habe ist aber tatsächlich länger geworden als die normalen aber da habe ich auch den einspieler hier kurz mal rausgehauen zwischendurch und sie war sehr irritiert weil mittlerweile arbeitet sie ja bei mir in der kita und diese stimme ist ja von patrick einem arbeitskollegen von mir beziehungsweise jetzt auch von ihr und sie war ein bisschen irritiert ihn zu hören ich habe gesagt ja der patrick der ist kompletter stammgast bei uns in den podcast aufnahmen und ja ja erst mal muss ich glaube ich mal in das thema einsteigen mit so einem kleinen disclaimer dass die spielezeitschriften was heißt disclaimer mit so einer ja weiß ich nicht so ein rundumschlag gedanklich dass die spielezeitschriften ja immer so ein bisschen mehr ins hintertreffen geraten aus verschiedenen gründen das ist auch einer der gründe warum ich jetzt auf dieses thema gekommen weil ich bin letztens durch eine wahnhofsbuchhandlung durchgestreift und bin aber den computerspielezeitschriften gelandet standen noch so ein paar eingestaubte von 98 da ja gefühlt schon also man muss dazu sagen einfach ich habe gemerkt wie viel weniger zeitschriften es gibt im vergleich zu meiner kindheit damals zum beispiel da gibt es ja viele zeitschriften die gibt es gar nicht mehr also eines der berühmtesten beispiele gibt es viele zeitschriften die gibt es gar nicht mehr das war ja auch ein satz ja entschuldigung wir haben freitag erwarte von mir keine kognitiven höchstleistungen ich musste heute arbeiten obwohl ich eigentlich frei gehabt hätte halt die schnauze ja du musstest arbeiten obwohl ich frei gehabt hätte das ist der wichtige kontext ich hatte die ganze woche frei christian und am freitag gehe ich wieder in die kita ja und das an einem kurzen tag theoretisch ja ich habe heute morgen meine kollegen begrüßt mit hey ist das schön heute da zu sein dann kann ich nach vier tagen erholung ja doch noch genervt ins wochenende gehen super herrlich ihr ficker heute sind mir sämtliche kollegen irgendwie aus dem weg gegangen habe ich habe ich so das gefühl wenn du so den kindergarten betrittst ne ich hatte echt keine gute laune aber aber gut kommen wir zurück also du warst am bahnhof hast so ein bisschen leichenflätterei im zeitschriften regal betrieben ganz genau ich habe erst mal auf die playboys gewixt was okay nein auf jeden fall es ging mir halt darum patrick so daneben ja patrick fällt das ich brauche mal neue sounds liebe leute wenn ihr bevor ich dann christian vielleicht auch mal ausreden das ist sorry dafür wenn ihr ideen für neue sounds haben mit denen ich christian nerven kann und mit denen ich mich selbst erheitern kann dann schickt mir gerne vorschläge ja ja der markus erheit hat sich sehr gerne selbst oh ja meistens zweihändig okay okay so wir bitte zurück auf das thema so bitte das ist heute los das fragst du eigentlich mittlerweile in jeder folge ja zusammen aufnehmen ja das ist also ich weiß auch nicht also ja mir ist aufgefallen viele der mir damals noch bekannten und von mir gelesenen spielezeitschriften gibt es eigentlich gar nicht mehr und was waren so deine klassiker da ein computerbild spiele zum beispiel ach du scheiße wirklich ja tatsächlich damals habe ich sogar noch angefangen der screen fun kennst du die noch ja das sind doch aber beides komplette mülldinger ja sagen wir es mal so bei der computerbild spiele hat mich meistens das spiel noch gereizt weil das war für mich dieses sozusagen das epic games von früher es ist zwar nicht kostenlos aber es war halt günstiges spiel noch dabei aber das hattest du doch bei den bei den ganzen größeren zeitschriften hattest du doch immer so eine cd dabei oder dvd mit mit spielzeug kauft computerbild spiele war noch die für mich erschwinglichste von allen das war die günstigste ja gut so ist das halt wenn man castle greyskull zu hause stehen hat da bleibt halt nicht mehr genug geld für die games ganz genau das ganz genau das und ich musste ja immer auch gleichzeitig den playboy kaufen bitte was ja ja kaufen genau ja immer kaufen auf jeden fall es ist mir da so der gedanke geschossen heutzutage ist mir auch beziehungsweise ist mir auch aufgefallen dass ich selber jetzt so großartig für games oder games redaktionell inhalte oder sowas dass ich das nicht mehr so stark konsumiere weil ich eben nicht mehr so den großen zugang zu den zeitschriften habe weil früher habe ich das immer ganz gerne gemacht auf längeren zugfahrten oder sowas mir so eine games zeitschrift zu holen idealerweise dann sowas mit einem gratis spiel vielleicht noch dazu um halt noch so ein goodie dabei zu haben um mir selber zu sagen ach geil das wolltest du eh schon für dein pile of shame haben wirst du eh nicht spielen aber hast du dann lieber haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben wir kennen das ja oh ja wenn ich so eine steam bibliothek mal reinschaue oh ja auf jeden fall war mir der gedanke gekommen was hat jetzt ich sag mal ein online angebot gegenüber der zeitschrift eigentlich für vorteile das war so der grundgedanke hinter diesem thema jetzt okay und ich habe mich mal auch so ein bisschen informiert ich habe tatsächlich mich ein bisschen vorbereitet und habe mal die wikipedia gefragt was war denn eigentlich die erste wirkliche games zeitschrift auf dem markt und wann war das was würdest du dir denken wann könnte die erste richtige games zeitschrift die sich wirklich mit spielen beschäftigt hat und wann ist sie rausgekommen hätte jetzt gesagt tatsächlich so 80er da liegst du wirklich ich sehr gut also ich hätte jetzt so gesagt so 83 84 rum so die ecke ganz knapp vorbei 82 82 kam als allererstes beziehungsweise von 82 bis 85 gab es die tele match ich kann damit so gar nichts anfangen habe ich auch so noch nie gehört also wie gesagt ich bin 85 geboren worden also das ist ja nun als die eingestellt wurde wurde wurdest du geboren coincidence ja ja auf jeden fall war die tele match die erste wirklich kommerzielle zeitschrift die sich rund um spiele befasst hat danach gab es die asm sagt mir auch nichts allerdings 1990 gab es die gab es eine namhafte zeitschrift und zwar die powerplay ja powerplay ist natürlich auch ein powerhouse in dem sektor immer gewesen ja auf jeden fall und weiteren ableger beziehungsweise weiteres magazin gab es von 1992 kennt eigentlich auch jeder die pc games ja also games da pc games powerplay sind natürlich so sachen pc action und pc joker habe ich tatsächlich auch eine lange zeit konsumiert das waren so meine meine die ich so oft durch rotiert habe manchmal hatte ich auch mehrere in einem monat für mich war es hauptsächlich irgendwann die games da früher also davor dann noch die pc action so pc games eher nicht so hin und wieder mal also pc action games da und pc joker das waren so die die drei hauptpunkte sage ich mal magazin technisch die ich da konsumiert habe ja bei mir war es also bei der gamestar kann ich absolut connecten die war neben der computerbildspiele eigentlich mein go to magazin was ich dann zwischendurch mir gerne reingezogen habe und seit ich dann vermehrt auf der konsole gespielt habe war es dann noch die game pro nicht die game pro sondern die play 3 und dann später play 5 glaube ich jetzt heutzutage oh wie kreativ ja dieser name bloß zustande kam man weiß es nicht doch ich glaube ich weiß es glaubst du weißt es liegt an der xbox genau ja genau war eine xbox zeitschrift oder nee 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 war nintendo also du hattest eben ja schon gesagt was was da so der vorteil ist oder so ich habe mir eine kleine liste erstellt mit pro und contra so zu beiden sachen nicht gemacht geil macht ja nichts wir haben halt aber also bei solchen sachen haben wir oft eine etwas andere herangehensweise aber ich finde das macht ja irgendwie auch so ein bisschen aus ich habe halt mal versucht so ein bisschen gegenüber zu stellen wenn ich jetzt wählen müsste was würde dafür sprechen was würde dagegen sprechen und wenn ich jetzt zum beispiel überlege was für mich so der kernaspekt immer gewesen ist in so zeitschriften zu blättern davon ab dass das kosten einfach so ein faktor sind mittlerweile klickst du dich rein für internetgeld dass du eh schon bezahlt hast richtig und liest dieselben beiträge wobei das ist ja auch nicht immer gegeben aber da kommen wir anders also für mich war immer so das schönste eigentlich in diesen heften also erstmal natürlich dieses haptische durchblättern so und natürlich auch in ermangelung an diversen endgeräten natürlich und auch damals in ermangelung des internets zur freien verfügung sage ich mal war das natürlich erstmal so gegeben dass das auch nicht so verfügbar gewesen ist in dem maße ist ja ganz natürlich aber ich mochte das total ganz in ruhe und so ganz in ruhe ist heutzutage sowieso immer schon so ein thema irgendwie mal eben was in ruhe und ganz ausführlich zu machen und dinge auch wirklich mal zu genießen ich mochte das einfach diese langen berichterstattung diese vorschauberichte und so weiter das war eigentlich so mein hauptthema was mich total interessiert hat so dieses keine ahnung da kommt baldur's gate raus 50.000 zeilen programmcode mega spiel und keine ahnung was und dann einfach so eine vorschau und über seiten das waren ja teilweise sechs bis sechs bis zehn seiten im heft die sich nur dieser vorschau gewidmet haben und das mochte ich so gerne dann auch so mit bildern dabei oder schon mal einem kleinen interview oder irgendwie sowas und das habe ich sehr genossen und wenn ich jetzt in richtung online artikel gehe was für mich da der größte vorteil ist die dinger sind arsch aktuell also das ist ja mittlerweile so ein also gefühlt sind diese diese gaming zeitschriften seiten also die großen zeitschriften haben jetzt ja auch alle so ihre eigenen seiten zum beispiel gamestar de oder so sage ich mal und was da einfach auffällt ist egal wann du da drauf klickst du hast in der regel irgendeinen beitrag von vor ein paar stunden so das ist nicht jetzt haben wir juni so und in der ersten juni woche wurden da beiträge erstellt und damit musste den juni leben das ist du hast da nicht diesen redaktionsschluss genau genau so und bei einem print medium natürlich hast du da einen redaktionsschluss das muss ja gedruckt werden logischerweise und da kannst du auch keine seiten nachreichen es wird schwierig die überall zu den kiosken und an anderen anlaufstellen vorbeizubringen die nachgedruckten seiten oder so macht ja macht ja gar keinen sinn ist ja traurig ne ja es ist schon also können sich auch ein bisschen engagieren sich mal ein bisschen genau so ein bisschen eigeninitiative zeigen finde ich gut ja also das ist das ist so zum zum einen das was was bei beiden sachen für mich so diesen entscheidenden faktor ausmacht also wenn ich wirklich was ganz ganz also ich muss auch sagen ich konsumiere zeitschriften gar nicht mehr also gar keine zeitschriften tatsächlich null ja auch nicht für irgendwelche anderen themenbereiche oder so weil dieser online faktor für mich da einfach gewonnen hat wenn ich jetzt eine information haben will kann ich die jetzt haben ich muss nicht zum nächsten kiosk gehen oder warten dass nächsten monat die nächste ausgabe meiner lieblingszeitschrift erscheint ich kann das jetzt abrufen und wenn es mir um wissensbeschaffung oder aktuelle informationen und so weiter geht habe ich aus so einer zeitschrift einfach keinen mehrwert außer teilweise informationen die bis zum erscheinen schon wieder veraltet sind ja das stimmt so und ich weiß auch damals war das teilweise so dass man was gelesen hat und man hat eigentlich schon so das gefühl gehabt das ist irgendwie fühlt sich das schon gar nicht mehr so richtig aktuell an weil teilweise hat sie dann ja so einen bericht von der letzten messe die schon zwei wochen her war zum print schluss quasi also zum 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 abgabeschluss für die für die redaktion die sind ja dann ja auch nicht unbedingt ein tag vorher auf einer messe erst gewesen so sondern das ist dann vielleicht auch schon wieder zwei wochen her dann dauert das vielleicht eine woche bis du das heft ließen liegen drei wochen dazwischen so gefühlt und ja dann kann es ja bis zu einem punkt nur aktuell sein das ist ja völlig klar das stimmt was aber so wirklich so im gegensatz dazu steht online kannst du ja mittlerweile eigentlich alles hinscheißen was du willst so wenn du jetzt auf eine ich sag mal namhafte seite gehst von der größeren zeitschrift und so weiter hat das natürlich immer noch mal einen etwas solideren aspekt aber wenn du nur einfach online googles nach keine ahnung testbericht diablo 4 als beispiel dann kriegst du das ja von tausend seiten und vor allen dingen natürlich auch mittlerweile primär so youtube videos oder live streams und so weiter weil diese ganze berichterstattung und auch dieses probespielen und demo versionen und weiter das hat sich alles komplett gedreht seit damals und für mich persönlich hat das immer so dieses gefühl gehabt und ich hatte eben schon so drei zeitschriften genannt mit denen ich so hauptsächlich connecten konnte und bei mir lag das immer auch an den leuten die dort geschrieben haben so also so typisch diese diese alten hasen aus der gamestar redaktion gunnar lott und und diese petra schmitz und so die dann einfach also wo man auch irgendwann so ein gefühl bekommen hatte wenn die regelmäßig ihre spiele bewertet haben und dann hatte man ja bei den spielen die man selber spielen konnte auch irgendwann so ein gefühl das deckt sich mit meinem gefühl und ich hatte dann oft zum beispiel so übereinstimmungen mit der petra schmitz als beispiel wie sie spiele gesehen und bewertet hat und das war dann eine zeitlänge auch wirklich so eine stimme auf die ich vertraut habe was so spiele auswahl angeht und und auch die meinungen weil ich einfach relativ sicher sein konnte dass ich das zumindest in weiten teilen mit meiner meinung deckt und diese ich sag mal ich würde jetzt mal als expertise oder auch glaubwürdigkeit bezeichnen dadurch dass du dann einzelne autoren von diesen artikeln länger verfolgst hast du finde ich eine andere verbindung dazu so ein bisschen heutzutage als wenn man so einem bestimmten streamer folgt oder youtuber oder was auch immer content creator im weitesten sinne wenn man davon mehrere sachen gesehen hat hat man ja auch ein gefühl dafür bekommen so und wenn der jetzt ein spiel testet also keine ahnung nehmen wir jetzt x beliebiges beispiel gronk wenn der jetzt mal wieder so ein irgendein spiel testet und seine meinung dazu sagt hat man ja auch ein gefühl dazu wie man das einordnen würde so und das hatte ich halt früher da schon bei online artikeln habe ich das heute irgendwie so kaum noch dieses gefühl da denke ich aber auch nicht mehr darüber nach aber dann lese ich halt auch zwölf artikel zu dem thema im zweifelsfall und kauf mir nicht eine zeitschrift mit einem artikel so also man hat eine breitere vielfalt bei diesen online artikeln einfach weißt du ja und das kann vorteilhaft sein kann aber halt auch negativ sein man hat dann am ende so zwölf meinungen ja was hilft mir das jetzt so ganz genau wenn ich glück habe gehen die alle in dieselbe richtung wenn ich pech habe weiß ich aber auch dass neun von zehn placement mit dem mit dem hersteller haben und dann wird es schon wieder schwierig oft ja was ich bei mir auch gemerkt habe oder beziehungsweise was ich bei mir gesehen habe ist auch seit ich größtenteils weg von diesem magazin bin ist das bei mir also online lese ich tatsächlich nahezu gar nichts mehr es sei denn ich möchte mich explizit jetzt mal über ein spiel informieren was sehr selten vorkommt und dementsprechend konsumiere ich online nahezu gar nichts mehr an redaktionellen inhalten also ich lese tatsächlich generell selten artikel es sei denn ich also ich klicke mich schon mal hier und da über gamestar.de und so weiter aber das sind mittlerweile auch so viele clickbait titel dass mich das mehr nervt aber ich hole mir das tatsächlich viel mehr über videos von wie gesagt so content creator die ich so ein bisschen einschätzen kann so von meinem persönlichen gefühl weil ich die schon länger verfolge oder so da gucke ich dann schon mal so bei bei einer handvoll leuten rein wenn mich das thema interessiert und freue mich dann natürlich auch wenn die entsprechend inhalte bringen die mich interessieren weil ich da dann natürlich noch mal so eine andere wertigkeit von von für mich erfahre sage ich mal ja genau das da wollte ich auch direkt darauf zu sprechen kommen dass ich mittlerweile alles wirklich über ein video reinziehe anstatt dass ich das dann selber durchlese ich meine ich finde es immer noch gut wenn ich unterwegs bin dass ich die möglichkeit habe auf printmedien notfalls zurückgreifen zu können weil wir kennen ja deutschland wir kennen das netz in deutschland und von daher von daher hast du halt immer noch sehr viele einfach schwarze flecken wo du einfach kein netz hast und dementsprechend ist das dann mit dem lesen auch teilweise total für den arsch ja und dementsprechend bin ich eigentlich ganz froh dass ich notfalls wenn ich weiß dass ich eine längere fahrt mache wenn ich weiß dass das netz total für den arsch ist da zum beispiel wenn ich nach hamburg hochfahre zum beispiel alles hinter osnabrück ist eigentlich schwarz loch dann bist mal in bremen dann passt das wieder und dann ist das mal wieder gar nichts und dann bist du in hamburg und dass ich da halt die möglichkeit habe zu so einer alternative zu greifen dass ich einfach eine zeitung in die hand nehmen kann wie gesagt dieses haptische feedback dann auch dabei habe das hat immer noch so ein bisschen für mich so ein ja kindheitscharakter also ich kann damit halt einfach zu meiner vergangenheit connecten und das finde ich halt immer sehr schön dabei einfach so ein bisschen durch die zeitung zu blättern und ein ganz enorm großer vorteil ist du hast nicht so lästige pop-up werbung video werbung bla 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 ja das stimmt einfach weiter blättern das stimmt also du hast aus also die werbung die kannst du einfach überblättern und die die ist halt auch einfach nicht so nervig dann hast du vielleicht mal so eine komplette seite eine werbung gut blätter ich weiter dann ist weg richtig die pop-ups und so weiter ist natürlich immer so eine sache ist ja auch immer so dieser spagat mache ich ein adblocker an und block alles weg oder lasse ich mir werbung zumindest anzeigen und unterstütze damit zumindest ein bisschen die leute irgendwie vielleicht mittlerweile ist die werbung ja auch komplett personalisiert da kriegt man ja in der regel auch nur sachen angezeigt die zumindest irgendwie relevant sind weil man darüber gesprochen hat in der nähe seines handys oder solche sachen also so fern vom schuss sind die werbungen ja eigentlich nicht mehr das also es sei denn es ist natürlich explizit irgendwas eingebunden was jetzt nur dieser artikel ist zum beispiel oder so aber grundsätzlich nervt das in dem heft natürlich weniger klar aber es ist in dem heft auch weniger personalisiert also wenn ich werbung sehe mittlerweile online dann ist das in der regel was womit ich auch irgendwie einen bezug habe was dich wirklich interessieren könnte genau ich bleibe direkt beim könnte genau also das deswegen stört mich online werbung mittlerweile gar nicht mehr so was mich stört sind so diese nervigen pop-ups wo man sich 15 sekunden irgendeinen clip angucken muss und solange kann man es nicht wegdrücken und ganz genau also das ist so in die fresse und erzwungen und das mag ich dann halt nicht und das sind dann schnell seiten wo ich entweder adblocker anmache oder die ich dann komplett meide weil es alternativen gibt und das ist halt schade weil ich versuche den schon überall dort auszumachen wo es mich nicht komplett erschlägt wenn ich auf die seite gehe oder wo ständig irgendwelche nervigen sachen kommen die man erst wegklicken muss auf jeden fall dass das mache ich dann nicht aber du hattest eben gesagt so dieses dieses werbeding ist natürlich so ein bisschen nervig wenn dann hier was blinkt und da war es genau ich bin da immer direkt so ein bisschen überfordert also so viel auf dem so ein bisschen adhs kind ja ja gefühlt ja ein bisschen überfordert mit allem um mich rum auf der anderen seite finde ich aber dass genau dieser aspekt für und das habe ich tatsächlich für mich als pro argument für online artikel gemacht also von der vielfältigkeit und dass du da zig meinungen hast die dir dann vielleicht am ende des tages auch nicht mehr weiterhelfen weil es zu viele meinungen sind haben online artikel für mich persönlich einen großen vorteil und das ist genau das was du als nachteil gerade auf aufgewiesen hast und ich meine jetzt nicht in richtung von werbung sondern du hast diese interaktiven elemente du kannst in der zeitschrift kein video einbinden also maximal kannst es auf die disk pressen ja da hätte ich mittlerweile schon problem ich meine ich habe ein angeschlossenes also ich habe ein externes blu-ray laufwerk aber am rechner selbst hätte ich gar kein laufwerk mehr ich habe seit bestimmt 15 jahren kein internes laufwerk mehr also außer festplatten ja das stimmt das stimmt das habe ich auch schon ewig so aber es gibt da doch auch keine disks mehr die ich mehr reinschmeiße weil das internet seit 15 jahren für mich schnell genug ist dass mir einfach alles runterladen aber dieses du gehst auf einen online artikel kannst du direkt einen kurzen clip angucken den trailer oder direkt ein interview hören mit dem entwickler anstatt das oder oder es ist eine passende podcast folge mit in den artikel eingebunden wo man noch mehr erfahren kann das ist einfach unschlagbar also was dieses querlesen was dieses querlesen und zusätzliche informationen auf verschiedene medienarten angeht das finde ich ist da wirklich sehr 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 gut und das kann natürlich auch zum einen durch die auflockerung des inhalts so ein bisschen das lesevergnügen steigern sage ich mal also dieses so ach dann kommt mal ein kurzer podcast auszug und hier das interview aus unserer folge wenn es euch interessiert hört es euch gerne ganz an aber hier mal kurz der interview ausschnitt um den es gerade geht das ist super weil du dann nicht nur diesen textblock hast sagen wir jetzt mal so früher in dieser vorschau sechs bis zehn seiten hast dann einfach so text und ab und zu so ein paar bilder dazwischen aber hier kannst du halt noch audio einbauen und video und kannst es halt einfach einloggern einloggern was einordnen also einordnen so medial dass du einfach verschiedene eindrücke bekommst und verschiedene sinne nochmal angesprochen werden und das finde ich ist schon praktisch und ich hatte eben gesagt ein ein aspekt der mich so ein bisschen weggebracht hat von den zeitschriften je mehr das internet dann kam für mich oder je nutzbarer es für mich wurde im alltag war so ein bisschen dieses wie aktuell die themen sind das ist natürlich ein krasser plus dann im gegenzug natürlich auch für die online artikel die kannst du jederzeit editieren bearbeiten updaten und so weiter das hast du ja zum beispiel ganz oft also nachrichten hast du es ja genauso so live ticker mäßig aber das hast du auch ganz oft bei so großen shitstorms oder sonst irgendwas wenn dann irgendwelche updates von entwicklern veröffentlicht werden und so weiter hast du dann kein update vom 13 juni mittlerweile haben die entwickler bestätigt das und so weiter und so fort kannst du in printmedien nicht machen das stimmt kannst du einen monat später in der nächsten ausgabe kannst du da so ein so eine kleine korrektur zu rausbringen oder so aber bis dahin ist das ja gefühlt wieder kalter kaffee zumindest in der heutigen zeit früher also als die zeitschriften früher das waren da hast du in der zwischenzeit ja auch nichts darüber erfahren nee absolut nicht also da war man ja auch zufrieden mit dem was man hatte man kannte es ja nicht anders genau und das ist glaube ich halt auch so ein aspekt an deinem thema das du heute mitgebracht hast die also wenn du die zeitschriften für sich in ihrer prime ära siehst sag ich mal da hat das alles wunderbar funktioniert aber wenn du die zeitschriften so wie sie früher waren auf heute überträgst und es versuchen sich ja immer noch so ein paar zeitschriften durchzuschleppen als printmedium mehr schlecht als recht natürlich dann dann war das halt so wenn du es heute überträgst funktioniert es halt einfach nicht weil was du in der nächsten ausgabe schreibst hat online doch schon jeder vor drei wochen gelesen ja absolut ja das stimmt so und deswegen also das ist so schade es ist natürlich super für die leute die vielleicht nicht so den zugang zum internet haben oder für die es auch einfach vielleicht nichts ist so mag es ja vielleicht noch geben auch in der heutigen zeit aber es ist einfach so dieses ja weiß ich nicht ich finde es kann einfach nicht mehr mithalten es ist nicht bewertet also es ist in keinster weise wettbewerbsfähig es sei denn du willst dieses haptische haben ja also wenn das der ausschlaggebende punkt ist klar dann gewinnen zeitschriften heften buch und so weiter immer weil digital ist halt nicht haptisch kann man rechner streicheln werde ich den artikel lese so ich kann ich kann die den den die steckerleiste ablecken vielleicht soll ich das lieber nicht machen ja bitte nicht aber ansonsten hast du da halt nichts haptisches wenn du online liest so ne also also wenn das der faktor ist klar aber ansonsten wo wo kann es mithalten ja also geht ja gar nicht also rein logisch ja nicht absolut nicht es ist halt das ding es ist schwierig beziehungsweise heutzutage ist es einfach so dass man mit den medien komplett anders umgeht und ja du hast halt einfach diesen luxus jede information mittlerweile auf der stelle zu kriegen auf der stelle auch rauszugeben und so und so sachen da bin da bin ich tatsächlich da muss ich oder da würde ich zumindest von meiner seite aus deine formulierung noch ein bisschen nachkorrigieren wollen das ist tatsächlich gar kein luxus mehr also das ja gerade gesagt man hat heutzutage den luxus im gegensatz zu früher im gegensatz zu früher ist es ein luxus aber ich finde seit vielen jahren ist das eigentlich standard durch diese ganze komplette vernetzung ist das eigentlich kein luxus mehr luxus ist es heute eigentlich fast wenn man mal einfach mal ein wochenende nicht erreichbar ist also wenn man dieses digital detox macht ist das luxus für einen selbst ja das müsste man wirklich öfter machen mir fällt das auch super schwer muss ich ganz ehrlich sagen aber ich weiß was du meinst also dieses es ist irgendwie so ein segen dass man jederzeit informationen haben kann aber es ist natürlich zeitgleich auf fluch manchmal kriegst du auch informationen einfach reingebrettert ja also wenn ich daran denke so zum beispiel also es hat jetzt nichts mit zeitschriften zu tun aber wenn es jetzt um informationen gehen oder ungefragt bekommen geht so dieses gespoilert werden für irgendwelche sachen das war vor diesem internet alltag war das einfach nicht so gegeben heute muss ich schon aufpassen wenn ich über twitter scrolle oder instagram feed durchgehe oder meinen nachrichten feed durchgehe und so weiter dass ich da teilweise nicht gespoilert werde ich habe zum beispiel also doctor who ist ja eine serie die mich sehr interessiert wenn du da aber das ist halt ganz schlimm wenn du da der offiziellen social media seite folgst wirst du echt krass gespoilert teilweise okay also wo es dann teilweise also ich weiß jetzt schon wer die companions vom neuen doktor sind der erst vorgestellt worden ist wo es noch kein videomaterial zu gibt in dem sinne also der lief ja noch nicht und so weiter ich weiß jetzt wer wer kompendium ist kompendium kompendium der rollenspiel podcast kompendium minus podcast punkte hört rein klickt abonnieren ja geil aber da sind dann teilweise auch so so ich sag ich nenne es jetzt mal überraschungsgäste cameos und so weiter die dann teilweise schon ein tag nach veröffentlichung der folge da rausgehauen werden auf social media und du denkst dir dann so ja gut hätte ich jetzt auch gern in der folge erfahren jetzt fühlst du dich schmutzig so und oft also es gibt lange phasen wo ich diesem kanal komplett entfolge weil die halt wirklich sachen raushauen die ich einfach noch nicht wissen will ja und und das sind so die sachen das kann halt schnell zum nachteil werden aber so wie du gesagt hast wenn man sich informationen beschaffen will ist das halt wirklich von vorteil aber man man stößt halt auch schnell auf informationen die man nicht haben wollte genau so und gerade wenn du auf so news portal gehst dass ich auf ein bestimmtes thema fokussiert zum beispiel gaming oder oder wirtschaft oder was auch immer dann kriegst du natürlich oft vielleicht auch sachen die dich a nicht interessieren oder b die dir irgendwie ja was nehmen sage ich mal oder du hast dann die situation du möchtest eine information haben du siehst einen artikel dazu und dann kannst du ihn nicht lesen weil er hinter einer paywall versteckt ist paywall ist aber eh der letzte rotz also ok alles klar ich wollte dich gerade mal fragen hast du schon mal für einen artikel quasi ein abo abgeschlossen beziehungsweise generell auf so einer internetseite um die paywall zu deaktivieren nein tatsächlich nicht aber wenn ihr fans von paywall seid könnt ihr mal auf steady.de slash mindcast gehen denn das ist unsere persönliche paywall für noch mehr podcast inhalte rund um den mindcast damit unterstützt ihr hauptsächlich aber das projekt es gibt immer so ein kleines dankeschön watchpartys im discord und sonstige geschichten schaut mal gerne rein aber es geht natürlich nicht darum euch informationen vorzuenthalten nein im gegenzug bekommt ihr dazu einfach ein kleines dankeschön als extra obendrauf aber es geht natürlich darum das projekt ein bisschen zu unterstützen also schaut gerne mal rein ich freue mich immer wenn es leute gibt die das ganze mit ein paar wenigen euros unterstützen möchten denn das sorgt dafür dass ich hier die betriebskosten für den mindcast aufrechterhalten kann und irgendwann muss der markus dann nicht mehr arbeiten da frei hätte da müssten tatsächlich noch da müssten einige leute den mindcast unterstützen dass ich das nicht mehr muss aber fleißig werbung genau also da da sind wir mit steady noch ganz weit von entfernt sagen wir es mal so mit den aktuellen steady unterstützung unterstützern kann ich also ist gerade mal das hosting vom mindcast finanziert ja obwohl das stimmt nicht dass das hosting vom mindcast ist finanziert damit refinanziert und ja eine eine lizenz bis anderthalb lizenzen von software und so weiter die ich benutze so also es ist aber also wenn man stromkosten jetzt abrechnet dann ist hat sich das hat sich das schon wieder erledigt das wieder erledigt also da sind wir natürlich noch weit von entfernt wenn ihr lust habt das ganze zu unterstützen schaut euch gerne mal an wenn ihr fragen dazu habt kommt gerne ins discord und jetzt übergebe ich wieder an christian den ich dezent unterbrochen habe genau ich übergebe mich auf christian moment nee wie gesagt ich wollte einfach noch mal wissen ob du schon mal tatsächlich so eine paywall monetär deaktiviert hast nee eingerichtet für hörer des mindcast nee ich habe es tatsächlich auch noch nie gemacht außer für steady allerdings ich finde das auch immer so nervig natürlich kann ich verstehen warum man das macht weil wenn man diese printmedien nicht mehr verkauft dann muss man ja das geld irgendwo anders reinholen und vielleicht will man versuchen auch werbung so wenig wie möglich zu schalten es sei denn du bist bild.de dann machst du einfach beides im überfluss allerdings wie gesagt ich bin ich weiß auch nicht warum nicht bereit für so einen digitalen inhalt zu zahlen außer natürlich für steady diese art digitalen inhalt ja ich weiß halt nicht also ich habe das noch nicht gemacht ich finde es tatsächlich super super nervig bei oder nee fangen wir erst mal anders an also ich glaube das äquivalent zu so einer paywall vor artikeln oder für eine bestimmte kategorie und so weiter wäre in einem printmedium das sonderheft zu thema xy ja also du du kriegst diesen inhalt ja nur wenn du dieses sonderheft kaufst genau und da habe ich lustigerweise nicht so das problem mit da habe ich auch nicht so das problem mit aber das ist in der regel natürlich auch ein bisschen umfänglicher als ein artikel zum beispiel oder oder drei bezahlte artikel wo mich zwei vielleicht gar nicht von interessieren pro monat oder irgendwie so aber also ich verstehe auch woher das kommt und so weiter das ist natürlich so kompensieren von werbeanzeigen und auch das printmedium irgendwie so ein bisschen auffangen was gerade so mit blutenden knien die klippe runterrutscht irgendwie aber ich habe es persönlich noch nicht gemacht weil ich es auch irgendwie für so nachrichten den artikel nicht einsehe also für irgend so ein boulevard rotz würde ich das sowieso nicht machen dann erst recht nicht brad pitt hat sich jetzt irgendwie gerade ein pickel am arsch ausgedrückt das juckt mich halt null aber ein video davon würdest du dir angucken absolut da muss auch gar nicht brad pitt drin sein hauptsache es werden pickel ausgedrückt boah ich habe neulich so ein ding gesehen kann ich dir nur empfehlen boah richtig ekelhaft da drückt die irgendwie so auf dem schulterblatt auf so ein pickel und das sieht aus also hätte man rangesoomt hätte man nicht gewusst ist das gerade ein dicker pickel am schulterblatt oder drückt da jemand gerade eine zahnpastatube aus ekelhaft aber ich habe es mir komplett angeguckt und noch ein zweites mal wirklich räulig das ist wie so ein unfall man kann nicht wegsehen mir wird schlecht beim angucken und ich gucke es mir ein zweites mal an wirklich und jetzt frage ich mich wie bist du da jetzt drauf gekommen keine ahnung wo ich eigentlich hin wollte ja bitte wo ich eigentlich hin wollte wenn man diese online artikel hat ich verstehe wie gesagt woher es kommt was ich persönlich richtig nervig finde und da bin ich dann auch wirklich raus also das sind dann wirklich auch seiten die ich meide wenn es zum beispiel nachrichtenseiten sind zu wirklich so top aktuell im weltgeschehen also so politisch wichtige dinge also keine ahnung so ist mir zum beispiel als ukrainekrieg angefangen hat dieser angriffskrieg gegen die ukraine sind wir ja immer irgendwie auch immer noch drin in der ganzen misere aber als das angefangen hat hat man sich natürlich auch als nachrichtenbewusster mensch versucht ein bisschen zu informieren und so weiter und ich bin ehrlich gesagt nicht so der nachrichtenmensch weil man eh irgendwie die wichtigsten infos kriegt man eh irgendwie immer um die ohren geknallt von links und rechts aber man guckt natürlich hier und da je nach thema schon mal irgendwie nach ein bisschen nachrichten und ich weiß nicht ob dir das aufgefallen ist oder ob es dir passiert ist aber ich hatte so ein paar artikel die wirklich also wo es um aktuelles kriegsgeschehen geht die dann hinter einer paywall gesteckt haben ja und das finde ich richtig reudig das ist absolut reudig also wenn es um wirklich wichtiges weltgeschehen geht ja und ich sag mal kriegsgeschehen in unserer welt das würde ich mal so einstufen dass jeder dazu unabhängig von positionen ethnischer herkunft finanziellen möglichkeiten oder sonst irgendwas zugriff auf diese informationen haben sollte weil das meiner meinung nach die kernaufgabe von nachrichten ist diese nachrichten allen zugänglich zu machen so und dafür das zu verlangen das finde ich nicht in ordnung die haben genug andere themen über die sie quatschen so und da wäre ich nicht bereit dafür und dann investiere ich auch lieber zeit irgendjemanden zu finden der darüber berichtet und der das frei macht ohne irgendeine paywall aber das sind themen für mich da gehört keine paywall hin jetzt kann man natürlich sagen wer aber wenn du dir die zeitschrift am kiosk kaufst wo die nachrichten drinstehen dann bezahlst du das doch auch ja dann bezahle ich aber auch für die ganze zeitschrift ja und deutlich weniger und in der regel weniger als ich für einen artikel bezahle oder für ein monats abo für den ganzen scheiß wo mich 90 prozent von den ganzen artikeln die in einem monat herauskommen überhaupt nicht jucken ich wollte auch gerade sagen du bezahlst ja nur eine zeitung nicht den ganzen monat zeitungen so dass das ist das ist zum einen mal selektiver und in der regel hast du dann ja auch ein abo klar kannst du dann auch wieder kündigen und so weiter aber nee also also für mich ist es einfach ein thema da gehört keine paywall hin punkt absolut absolut das ist ein grundbedürfnis an informationen wenn es jetzt sowas ist wie welcher royal heiratet welchen bürgerlichen stall jung oder sonst irgendwas packt von mir ist eine paywall hin wenn die leute das so sehr interessiert bitteschön aber wirklich so aktuelles wichtiges für die bevölkerung eines landes relevante entscheidungen oder entwicklungen die um mich rum passieren ich finde es ganz gut zu wissen ob mein nachbarland oder ein nahes land sage ich mal krieg führt fände ich ganz nice zu wissen ja wäre auf jeden fall vom vorteil wenn in der nachbarschaft auf einmal krieg ist so oder auch wenn es darum geht diese ganze heizungsgeschichte da hattest du auch hier mit steigende kosten hier steigende kosten da und so weiter und diese ganzen heizungsdiskussionen hattest du auch ganz oft artikel die hinter einer paywall waren ja genau wo es dann um aktuelle hier schon gewusst hier der neue heizungskracher äh neuste entscheidung klickst du drauf ah bitte bezahlen sie das und das sag ich nö genau oder fünf spartipps blablabla ne und dann ja gut ne und das das fand ich einfach super super weird irgendwie und deswegen also da da gehören für mich keine keine paywalls hin aber jetzt bist du so ein bisschen in richtung der kosten gekommen genau das macht natürlich auch nochmal einen unterschied wenn wir jetzt von pro und contra online und dings sprechen hatten jetzt gerade das kiosk äh beispiel das heft für den einen monat kaufst du dir ja auch am kiosk ganz genau online hast du die sachen in der regel kostenlos du hast natürlich auf gamestar zum beispiel gibt es ja auch dieses gamestar plus oder wie es heißt wo du dann bestimmte artikel lesen kannst da stolper ich auch ab und zu mal über über so irgendwelche sonderberichte die mich vielleicht interessieren würden aber habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht ja weil da gibt es für mich immer genug alternativen irgendwie zumindest vergleichbare informationen zu bekommen und deswegen weiß ich nicht aber aber da hast du eben auch diesen unterschied bist du bereit das zu bezahlen aber das sind dann ja auch oft mehr so ich sag mal kolumnen die jetzt nicht so relevant sind die man jetzt nicht unbedingt braucht ja ganz genau ne also wie gesagt für mich war mit unter der anreiz äh da hat das auch sehr gut geklappt bei mir äh waren das halt die demos und die spiele immer die dabei waren ähm das war für mich äh mit unter kauf anreiz ja absolut aber da hatte man also das war ja auch noch eine wirklich andere zeit ne also da hattest du ja weder die internetleitung um die mal eben ne also ne demo runterladen das war ja schon äh wochenendaufgabe teilweise je nach internetleitung und ähm du konntest so natürlich alles ein bisschen schneller konsumieren ja nun vollversion klar wer mag keine gratis vollversion natürlich und teilweise waren da ja wirklich äh relativ aktuelle sachen schon dabei also hin und wieder hatten die ja mal wirkliche kracher dabei oft waren es natürlich so alte sachen die diese da irgendwie nochmal vorrätig hatten so nach dem motto aber teilweise waren da richtig gute sachen dabei also kannst du dich an irgendein spiel erinnern wo du gesagt hast boah geil das auf disc zu haben äh da war mal ein anno spiel also ich weiß nicht ob es 16.2 war ich glaube anno 16.2 ja das allererste anno hatte ich auch tatsächlich noch schön in einer Kartonpappschachtel ah ok ich hatte das wie gesagt bei einer CBS Spiele dabei ok also ich hatte viele Spiele ich kann mich jetzt an kein Spezielles erinnern aber ich weiß dass ich einige Spiele da wirklich gefeiert habe gerade so wenn man sich eh die Zeitschrift gekauft hat also für mich war das ja eher so ich habe mir die Zeitschrift gekauft und geil da ist noch eine Disc dabei ja so hattest du das mal dass du dir so ein so eine Zeitschrift gekauft hat und die Disc hat gefehlt und du hast es erst zu Hause gemerkt ne tatsächlich nicht also das ist mir glücklicherweise noch nie passiert ich hatte das tatsächlich äh vereinzelte Male und das war super ärgerlich ähm das ist natürlich dann richtig abgefuckt vor allen Dingen also ich hatte das natürlich schon mal bei einem richtig coolen Spiel das war dann halt weg so das habe ich aber tatsächlich äh also konnte man sich ersetzen lassen ja über überdings das habe ich tatsächlich mal irgendwann auf mich genommen aber irgendwann dachte ich mir dann ja komm ist halt blöd gelaufen ich wollte nämlich auch mal fragen was machen wir denn dann äh oder was hat man damals äh gemacht ja du konntest die halt anschreiben irgendwie das war dann halt im Prinzip so eine defekte Zeitschrift sozusagen ne weil weil der Inhalt gefehlt hat ähm das das ging schon aber es war halt auch irgendwie ein bisschen blöd und umständlich einfach nur um so eine Disc dann zugeschickt zu bekommen irgendwie aber es ist ja keine Ahnung ja vor allem musst du ja irgendwie nachweisen dass du es auch wirklich gekauft hast und nicht äh was weiß ich irgendwo Müll gefunden oder so ja 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 also da gab es wohl irgendwie Mittel und Wege weiß ich jetzt aber auch nicht mehr ah ok ok es ist halt es ist halt irgendwie so ein bisschen es ist schwierig ne was ich für mich äh im Resümee ähm gemerkt habe ist einfach äh wenn ich mir nochmal solche Zeitschriften hole ähm dann ist das meistens einfach nur um dieses äh wie du schon angesprochen hast dieses haptische Feeling dieses so ein bisschen Nostalgie dabei zu haben ne für mich auch einfach ähm dass ich äh wie gesagt eine Zeitung in der Hand habe und äh nicht unbedingt dem Online-Zwang unterliege ne oder irgendwelche Artikel habe äh die mich vielleicht interessieren oder aber die hinter der Paywall versteckt sind ne aber prinzipiell natürlich ähm haben diese äh online oder diese redaktionellen Inhalte die man online sich zu gemüt führen kann ähm natürlich den enorm Vorteil tagesaktuell ne die die sind überall verfügbar natürlich wenn du Netz hast ne wie war das äh wie ich das gerade äh eigentlich geschildert habe sie sind halt verfügbar nur du hast halt nicht unbedingt Zugang dran genau also also wenn du gerade mit der Bahn fährst ist schlecht richtig richtig ne und äh da bin ich eigentlich äh immer froh dass ich tatsächlich so ne äh dass ich einfach eine Zeitung dann greifen kann ne und dann schmücker ich da einfach so ein bisschen drin rum aber da muss ich auch tatsächlich sagen so äh bei Bahnfahrten äh war das tatsächlich ne Zeitlang auch immer so mein Go-To-Ding noch irgendwie so ne PC-Zeitschrift mitzunehmen das das mochte ich echt gerne wenn du gerade so Wartezeit hattest ab in den äh Bahnhofskiosk dann einfach mal gucken was liegt da so rum ne und äh vielleicht war ja dann auch was Interessantes dabei ja also das 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 ging tatsächlich immer ganz gut für mich aber was der Nachteil war das habe ich auch öfters erlebt tatsächlich ähm dass die Zeitschriften und das ist ein ganz klarer Kontrapunkt nochmal so so der einfach ein Abtörner ist dass sie teilweise einfach nicht verfügbar waren dass sie einfach schon vergriffen waren die Zeitungen okay das ist mir tatsächlich noch nie passiert okay das also das ist mir tatsächlich häufiger passiert dass dann so die gewünschte Zeitschrift nicht da war ja zum Glück hatte ich dann so mein mein heiliges Dreigestirn beziehungsweise auch mal so Alternativen oder hab dann auch mal über nen über nen Notalternative auch ne andere Zeitschrift kennengelernt sag ich mal ja da so ein bisschen wie so ein unbeschriebenes Blatt mal reingeschaut und dann tatsächlich also kam ich tatsächlich ursprünglich auch zur GameStar lustigerweise die dann so meine Hauptzeitschrift geworden ist weil ich dann irgendwann mal meine eigentliche Hauptzeitschrift nicht mehr hatte war irgendwie nicht mehr verfügbar und dann äh habe ich die halt genommen ja und da bin ich dann schnell reingewachsen aber das war halt immer sehr nervig wenn ich an den Kiosk gekommen bin oder in irgendein Geschäft und so weiter und die waren dann nicht da das war ja vor allen Dingen noch zu einer Zeit wo ich dann halt wirklich zu Fuß zu irgendeinem Geschäft hingegangen bin und nur um diese Zeitschrift mir zu holen und dann gab es die halt nicht du guckst in die Röhre und denkst ja scheiße jetzt bin ich umsonst hierher gekommen was soll das ja so ja gut kaufe ich mir halt einen Döner das ist schade ja ärgerlich ach ne aber wie gesagt auf jeden Fall man muss halt für sich selber nochmal wissen will man Zeitschriften kaufen oder will man das alles nur noch online konsumieren es ist halt wie mit Retro spielen will man eine scheiß Grafik aber eine geile Story oder will man halt so das neueste Spiel ohne Story ohne Story genau nein ich vergleiche das gerne mit den Final Fantasy 7 Spielen spielt man das klassische auf der PS1 oder will man sich das Remake komplett reinhauen was dann halt dreimal so lang ist wenn dann alles dann draußen ist muss man halt für sich selber wissen ja es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an was hat man verfügbar sage ich mal wenn du zu Hause halt nur die Playstation 1 stehen hast ist das neue Remake halt auch nicht so die Option natürlich nicht aber wenn du halt die Auswahl hast ja aber das ist hier zum Beispiel auch so zum Beispiel zu 56k Modem Zeiten oder so da war großes Rumsurfen im Internet war da jetzt auch nicht so angesagt da habe ich meine Zeit dann mit ein bisschen Online Zocken verbracht oder mit ein bisschen Chatten da habe ich mir keine Nachrichten oder irgendwelche Artikel durchgelesen what the fuck so keine Ahnung da konntest du halt nicht lange im Internet bleiben da hast du die Zeit dann mit irgendeinem anderen sinnlosen Scheiß natürlich verbracht da warst du so auf kuriosen Internetseiten wie balls.de oder rocken.com was nicht ich weiß nicht wovon du sprichst andere Sache bei den Spielezeitschriften und Online Artikel also die haben wir jetzt ja so ein bisschen gegenübergestellt und ein bisschen darüber gesprochen so ein bisschen das Für und Wider wie war das bei dir wenn du Zeitschriften gelesen hattest war das dann eher so dass du die mal an die Seite gelegt hast und die sind irgendwann sehr schnell im Altpapier gelandet oder war das wirklich was was du auch aufgehoben hast um da irgendwann nochmal reinzugucken ähm das ist bei mir unterschiedlich gewesen ähm ich habe immer so ich glaube ich habe noch irgendeine alte Zeitschrift warte mal unterhalte die Leute äh ich habe gerade glaube ich oh Gott vielleicht können wir jetzt spontan in eine alte Gaming Zeitschrift reingucken Moment okay jetzt bin ich mal gespannt ne auf jeden Fall ähm war das äh bei mir so dass ich ähm immer mal wieder so ja es kam drauf an was sie äh wenn da irgendwelche interessanten Artikel waren dann habe ich sie äh auf jeden Fall ähm behalten wenn es irgendwie so so ja gut ich wollte vielleicht das Spiel haben und die Zeitschrift selber ist noch ähm ja es ist für mich nicht irgendwie interessant gewesen dann ist das Ding äh wirklich in Altpapier gelandet aber ich ich hatte halt auch äh Zeitschriften wo ich wusste alles klar ähm die sind für mich besonders die behalte ich ich habe tatsächlich auch noch irgendwo ein paar alte Spielezeitschriften die schon mindestens äh drei Umzüge überlebt haben noch irgendwo in meinem Fundus drinnen ähm ich wüsste jetzt nicht ähm welche Zeitschriften das sind aber äh genau wie Markus äh jetzt so eine alte Zeitschrift anscheinend rausgekramt hat weil äh der läuft hier irgendwie die ganze Zeit rein und raus ne uh Markus hat seinen Schatz gefunden na jetzt jetzt bin ich mal gespannt äh was er uns äh sagt was er jetzt hier kredenzen wird ah ich sehe es schon es ist eine GamePro ach man du hast es schon gesehen wo ja blöderweise hast du sie mir genau in die Fresse gehalten ganz kurz beim Hinsetzen du du Schummler ja ich habe hier eine GamePro und ähm einfach nur wenn du das Titelblatt siehst äh anhand der Spiele kann man es natürlich ein bisschen eingrenzen eventuell ich halte das Datum mal zur Sicherheit aber zu einfach nur wenn du das siehst von wann denkst du ist diese Zeitschrift und das ist ja es ist eine GamePro ich sehe Destiny als Aufhänger ähm wow na die Entfernung ja die Entfernung ist jetzt so ein bisschen äh ich sehe rechts Minecraft genau also es ist Minecraft für die PS3 ein Video also ich ich äh fasse mal zusammen was auf dem Cover zu sehen ist Destiny als großer Hauptaufhänger Minecraft die Klötzchen erobern die PS3 oh Video Alien Isolation Video GTA Online Video Nintendo lebt 100 Tage Next Gen die Fails von Xbox One und PS4 das muss besser werden Xbox History ähm ja von wann denkst du ist es also wenn du hast PS3 und PS4 erwähnt also ich würde sagen so um 2014 ja 100 Tage Next Gen steht ja also kurz nach der ja nach dem Wechsel quasi ja März 2014 boah bin ich gut ja sehr gut mit mit Doppel-DVD das war nämlich dann irgendwann auch der Punkt wo die DVDs nicht mehr ausgereicht haben wo sie dann 2 reingepackt haben schon ähm ich blätter einfach mal so rein allerdings bei der GamePro wahrscheinlich äh nur maximal Videos ne da kam der Staub ja schön das wird super äh Titel-Story und das ist zum Beispiel sowas das ist das was ich vorhin meinte mit diesen längeren Artikeln zu so einem Hauptthema hier ist zum Beispiel die Titel-Story für Destiny von Seite 12 bis Seite 19 krass so ne das ist so das ähm was mich immer sehr interessiert hat oder ne Vorschau auf Thief ne Vorschau auf Alien Isolation und Starbound das fand ich auch immer sehr interessant so diese diese Vorschau Geschichten die Tests tatsächlich nur sehr sehr ausgewählt ja weil mich dann ja oft auch nicht alle Spiele interessiert haben so also also es ist überhaupt ein Wunder dass ich ausgerechnet GamePro habe als eigentlich nicht so Konsolenspieler ähm aber die fielen mir gerade so spontan ein dass ich irgendwas noch in meinem Nachtschrank mal also ich habe so einen Nachtschrank wo du ein großes Fach also die komplette Vorderfront öffnen kannst als große Schublade sozusagen und dann hast du quasi so nach den Unterboden ist so eine komplette große Schublade wo du theoretisch ein paar Bücher reinstapeln könntest oder so und auf der Oberseite ist halt nochmal so eine rausziehbare Schublade wenn das geöffnet ist und da in dieser Schublade wusste ich hatte ich irgendwann mal so eine Gaming-Zeitschrift reingelegt ich gehe eigentlich nie an diesen Nachtschrank ich stelle immer nur oben meine Sachen drauf so jetzt fiel mir gerade also der ist komplett voll mit Schrott natürlich aber fiel mir jetzt gerade ein dass ich da irgendwann mal eine reingelegt habe scheinbar 2014 ja ja das ist total schön man sieht hier natürlich wenn ich jetzt einfach mal so grob durchblättere was auch noch ein Unterschied ist zu den Online-Artikeln also hier aber wo eine 1&1 Allnet-Flat-Werbung zack weggeblättert kein Problem mit Klicken oder irgendwelchen Videos keine Paywall aber was hier auffällt auch Layout ist hier nochmal ein ganz anderes Thema als bei einem Online-Artikel ja also hier hast du natürlich wie platziere ich was auf Seiten nochmal ganz anders als wenn du es auf einer Online-Seite liest natürlich hast du da wiederum auch ganz andere Möglichkeiten das ist halt auch einfach es ist halt ein anderes Medium so ne also ob du jetzt einen Artikel hier liest oder online es ist ein anderes Medium und die Sachen funktionieren natürlich auch anders du könntest niemals das gleiche Layout online nehmen was du für so einen Artikel hast das würde von der Bedienbarkeit her auch gar keinen richtigen Sinn ergeben Tomb Raider die Definitive Edition auch ein geiles Spiel muss ich sagen kriegt direkt das war das erste Spiel quasi von von der neuen Ewa genau das Remake von dieser Trilogie ja äh oh GTA 5 ey Minecraft auf Konsolen god GTA 5 oh ja GTA 5 auch schon seit der PS3 am Start PS3 PC PS4 PS5 wahrscheinlich gibt es auf der PS6 auch nochmal irgendeine Deluxe Edition dafür bestimmt bestimmt genau wie von Skyrim ja Klassiker halt geht immer ja aber das das sind so Sachen ähm ich mag das total gerne also das war jetzt auch gerade wirklich schönes Gefühl mal wieder durch so eine Spielzeitschrift zu blättern aber insgesamt muss ich sagen so für mich als persönliches Fazit wenn ich jetzt so zwei Türen habe und auf der einen Seite stehen die Online Artikel und auf der anderen Seite stehen die Spiele Zeitschriften ich glaube wirklich dass ich mich zu jedem Zeitpunkt aktuell für die für die Online Variante entscheiden würde einfach weil die Vorteile für mich da komplett überwiegen wenn mich jetzt zum Beispiel was ja ein bisschen mein Hauptgegenargument gewesen ist vorhin äh wenn ich mich dafür entscheiden muss oder oder wenn ich merke da sind zu viele Meinungen wenn ich jetzt auf zehn Portalen gucke und ich habe gefühlt 15 Meinungen wie auch immer das rechnerisch möglich ist dann ähm muss ich das ja nicht machen ich muss ja nicht auf zig Seiten unterwegs sein ja so ich kann ja trotzdem meine ein zwei Go-To Plattformen haben und dort meine Ideen Meinungen und so weiter beziehen so als Anregung aber ich habe halt die Möglichkeit mich viel breiter zu informieren ja und wenn ich das jetzt bei einem Printheft haben müsste müsste ich mehr Geld bezahlen also die doppelte oder dreifache Menge um die doppelte und dreifache Menge an Informationen zu bekommen dann hast du oft noch so dass derselbe Verlag drüber steht so Computech Media zum Beispiel hat ja mehrere Zeitschriften unterm Dach und dann überschneiden sich die Artikel halt manchmal auch oder du hast Gastartikel von einem GamePro Kollegen der die Konsolenversion getestet hat für die PC Version weil da zum Test noch nichts vorgelegen hat und der gibt dann da schon mal so eine Vorabmeinung oder so da denke ich mir auch ja ich aber lese doch hier jetzt gerade die PC Zeitschrift was hilft mir denn das jetzt so danke für nichts ja gut storymäßig ist es ja prinzipiell das gleiche aber natürlich kannst du nichts zu Grafik oder sowas zu den technischen Geschichten genau und dann hilft mir halt die Aussage da nicht so wirklich außer der sagt auf der Konsole sieht es schon wunderbar aus dann kann ich davon ausgehen dass es das auf dem PC auch tut aber es hat für mich einfach keinen wirklichen Mehrwert mehr und das auf der einen Seite finde ich es schade weil ich dieses haptische durchblättern und ganz in Ruhe das mal angucken durchaus genieße ja auf der anderen Seite hätte ich da im Moment auch oft gar keinen Bock mehr zu also wenn ich zum Beispiel nach der Arbeit den PC hochfahre und dann da mein YouTube Video irgendwie anmache und dann in meinen YouTube Strudel reingerate bis abends bis ich ins Bett gehe zwischendurch nochmal dem Christian 30 TikToks schicken ja und it's funny because it's true also fand ich für mich nicht für dich aber das Ding ist für mich persönlich einfach so dass ich nicht weiß ob ich das überhaupt noch genießen könnte also wenn ich jetzt mir eine Zeitschrift holen würde ich würde die grob durchblättern mir die Titelstory vielleicht durchlesen wegen der ich sie mir geholt habe und der Rest wäre ungelesen und das ist so wenn ich das dann im Verhältnis zu dem bezahlten Geld setze denke ich mir so nee dann lieber drei Kugeln Eis für 4,50 Euro dann komme ich auch gut rum ach so apropos Geld was denkst du denn was diese GamePro von 2014 gekostet hat ähm 5 Euro 5,50 Euro tatsächlich ja fast ja also finde ich tatsächlich also wenn man den den Inhalt der Zeitschrift konsumiert ist das ein Preis der okay ist finde ich absolut aber musst du mir überlegen auch schon 11 Mark ne ja also ist schon hart nee aber ich wie du schon sagtest ähm prinzipiell bin ich auch mittlerweile mehr auf online umgestiegen ähm was ich mir gerne noch als Printzeitschriften hole allerdings weil ich es äh auch immer mal wieder dann lese das sind dann so meistens äh ja so Zeitschriften wo es um Geschichte geht ne oder äh solche Sachen ne ähm zum Beispiel äh auch diese Geo Geschichten äh diese Geo-Zeitschriften ja äh wo es da also so Arztpraxismaterial nein nicht Arztpraxismaterial sondern äh sowas wie die Wikinger wie haben sie gelebt bla 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 äh äh solche äh Zeitschriften ne meistens so so ich sag mal äh Informationszeitschriften also Sachen die du dir zu Hause so auf den Wohnzimmertisch legst wenn Gäste kommen dass es ein bisschen gebildet wirkt ganz genau okay ja aber sowas nehme ich einfach dann von der Arbeit mit äh bevor sie weggeschmissen werden ja ich sag ja einfach nur so als Chemiezeitschriften einfach nur so als Deko ja genau ja wenn die Gäste weg sind direkt als Klopapier missbrauchen oder als äh Untersetzer benutzen genau ja so kann man es ja mit allem machen ähm ich gebe jetzt keine anderen Beispiele die mir gerade im Kopf rumschweben das wäre sehr antichristlich wenn ich das sage aber deswegen lasse ich das lieber genau wir wollen ja keinen Stress mit der Kirche nein 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 das Ding ist ich weiß persönlich gar nicht ob mich noch irgendwas überzeugen könnte mir nochmal so eine Zeitschrift zu kaufen ja weil also ich habe es ja eben schon gesagt die die Vorteile von der Alternative überwiegen für mich einfach deutlich wie gesagt ich finde es irgendwie schade auf der anderen Seite denke ich mir aber auch manchmal ist es so ein bisschen der Lauf der Dinge ja natürlich also es kann einfach nicht mehr mithalten und vielleicht gibt es irgendwann den neuen Shit und ich denke wir brauchen Online Artikel lesen jetzt habe ich hier meinen Neuralink Interface und kann beim Fahrradfahren mir die neuesten Gefühle uploaden lassen irgendwie das ist ja viel geiler warum habe ich jemals einen Online Artikel gelesen also da kommt also das sind ja Sachen die entwickeln sich im Laufe der Zeit einfach also da also bevor die Gaming Zeitschriften gekommen sind hätte wahrscheinlich niemand gedacht dass es mal Zeitschriften gibt wo es sich nur um Spiele dreht so davor einfach so Zeiten wo in in Zeitschriften hauptsächlich wissenschaftliche Artikel und wichtige Nachrichten veröffentlicht worden sind dann ging es da plötzlich um Spiele ja oder Sport oder ne und das ist so einfach denke ich mal so eine Sache der Entwicklung und ich bin immer offen für solche Entwicklungen merke aber auch dass ich mittlerweile so vom also es klingt halt immer so doof wenn man das sagt aber vom Alter her in so eine Richtung gehe wo ich merke dass mein meine Wahrnehmung und mein Konsumverhalten auch sich Jahr für Jahr verändert ja du weißt auch nicht Jünger ja also ich merke das wirklich also diese typischen Sachen wo man früher bei seinen Eltern so das alles so belächelt hat und auch nie so als Jugendlicher oder junger Erwachsener nie so richtig verstanden hat warum sind die jetzt so warum hören die zur Hölle Schlagermusik so oder oder sowas ne weil das das war für mich also jetzt um beim Beispiel Schlager zu bleiben das war für mich immer Musik für alte Leute so das war nicht für mich per se eine Musikrichtung die man mögen oder nicht mögen kann das war für mich automatisch gekoppelt mit das hören alte Leute weil meine Eltern und Großeltern das gerne gehört haben genauso wie man erzählt dass Benz nur von alten Menschen gefahren wird na und das und von Proleten oder von alten Proleten genau die manchmal auch Menschen sind aber je länger sie in dem BMW sitzen weniger zu Menschen werden desto mehr Prolete politisieren sie genau nein also das was ich eigentlich sagen will ist dass ich merke dass ich so oder ich ich verstehe mehr so die Perspektive von meinen Eltern oder der Generation vor uns so mit jedem Jahr mehr denke ich mir so ja früher hätte ich das nicht so gemacht aber heute denke ich mir ja es macht schon irgendwie Sinn ja so als Kind bin ich einfach bei Rot über die Ampel gegangen wenn da kein Auto kam heute bin ich so voll der Spießer denke mir ich warte halt die 10 Sekunden jetzt bis bis rot wird genau und dann renne ich rüber genau nein ich warte halt die 10 Sekunden bis es grün wird und gehe dann rüber einfach weil ich so im Hinterkopf habe wenn ich jetzt bei Rot rüber gehe und angefahren werde bin ich mindestens Teilschuld das wäre dumm und unnötig ja absolut so und das ist so das ist so ein Spießertum in mir wo ich mir denke ja aber warum also wie eilig kann ich es haben dass ich jetzt unbedingt 10 Sekunden früher rüber muss also muss es sein nein muss es nicht definitiv nicht weißt du und da bin ich da bin ich wirklich mittlerweile Spießer und denke mir so ja du gehst jetzt so langsam auf die 40 zu auch wenn man sich oft nicht so fühlt manchmal schon so nach einer Arbeitswoche denke ich mir ja ich bin schon 37 aber fühlt sich eher so an wie 47 manchmal aber ich verstehe es halt immer mehr und bei dieser Sache Zeitschriften und Onlineartikeln ist es halt für mich genauso also natürlich könnte ich das immer noch wertschätzen so eine Zeitschrift zu lesen aber wenn ich das im Verhältnis setze zu ich will jetzt gerade nur ein paar gezielte Informationen zu Thema X was sind die neuesten MMORPGs zum Beispiel die jetzt rauskommen da bringt es mir herzlich wenig wenn ich jetzt auf das eine Sonderheft warte was vielleicht in zwei Monaten rauskommt ja natürlich da gucke ich online und fähre ich Bumpeng so und dann weiß ich auch dass ich aktuelle Informationen habe und wenn mich die Seite nicht zufrieden stellt gehe ich halt auf die nächste so und das hat einfach so einen unfassbaren Mehrwert ich weiß nicht wie ist das bei dir kannst du dir das du hast ja so ein bisschen angerissen schon kannst du dir das vorstellen wirklich noch einfach der Zeitschrift wegen dir eine Zeitschrift zu holen sage ich mal für ein Fünfer an einen Kiosk zu gehen und dir zum Beispiel keine Ahnung die aktuelle Gamestar reinzubrezeln ich weiß gar nicht ob die heute überhaupt noch Discs drauf haben keine Ahnung ja haben sie noch würde ich mir schon denken warum alles was da drauf ist habe ich entweder schon oder brauche ich schon mittlerweile nicht mehr so coole Demos gibt es eigentlich eh nicht mehr ja so keine Ahnung also wie ist das bei dir ich denke mal das kommt bei mir so ein bisschen auf die Stimmung an und wie gerade so die Rahmenbedingungen sind wenn ich irgendwie durch ein Bahnhofskiosk zum Beispiel mal durchstreife weil ich gerade so ein bisschen Zeit habe weil das kommt ja etwas öfteren vor dank der Bahn also es kommt nicht öfters vor wegen der Bahn dass du in einem Bahnhof bist sondern dass du Zeit hast um herzustreifen ganz genau das ist das wichtige Detail da kann es tatsächlich mal sein dass ich mich zu einem Impulskauf verleiten lasse und weil ich dann gerade sehe oh da ist ja was ein interessanter Artikel dabei und ich brauche sowieso was für die längere Bahnfahrt dann ist das so ja dann nehme ich das doch mal mit ich muss ich muss glaube ich tatsächlich meine Meinung ein bisschen revidieren jetzt wo du es gerade so erzählst ich denke wenn die Situation wäre dass ich auch so eine Wartezeit zu überbrücken habe oder eine lange Fahrt und irgendwie keine Ahnung ich denke oh mein Handy hat eh nur noch 20% Akku oder so mein Handy hat nur noch 20% Akku oder so wollte ich sagen Entschuldigung dann könnte ich dazu greifen würde aber tatsächlich überlegen wie neu ist diese Zeitschrift ja so ich glaube ich würde da nicht wahllos greifen sondern wenn dann nur eine mitnehmen wenn die gerade recht frisch erschienen ist sonst wäre es mir das wirklich nicht mehr wert also dann würde ich lieber ein Zehner drauflegen und mir irgendein neues Buch holen oder so und das dann anzufangen anfangen zu lesen oder so das wäre dann wahrscheinlich eher eine Alternative ja wobei mir fällt gerade auch ein ich würde ich kann gar nicht lesen genau nein ich würde tatsächlich auch nicht gerade zu einer aktuellen Ausgabe greifen höchstwahrscheinlich sondern es gibt ja auch so interessante Retro-Zeitschriften dass ich wahrscheinlich eher da zugreifen würde weil das ist ja ziemlich zeitlos das ist da egal ja die Spiele sind halt schon uralt aber es sind da sind halt teilweise Artikel bei die finde ich wieder so charmant so interessant dass ich mir denke so ach ja ja da möchtest du nochmal ein bisschen durchlesen und gleichzeitig kann ich dann auch so ein bisschen in Erinnerung schwägen wenn das dann noch Spiele sind die ich selber früher mal gezockt habe also da ist die Chance wahrscheinlich noch deutlich höher ja also das das kann ich tatsächlich nachvollziehen ich glaube allerdings dass das immer mehr verschwinden wird also ich also als Prognose diese Printmedien du wirst immer so ein paar haben die daran festhalten und so für eine Tageszeitung finde ich ist das auch noch völlig legitim absolut aber das ist halt auch ein anderes Konzept das sind tagesaktuelle Nachrichten und selbst die sind teilweise ja bis das im Kiosk landet morgens schon wieder veraltet also wenn du also wenn du jetzt an Faktoren wie Ukraine-Krieg oder sowas denkst da sind bis dahin ja schon wieder drei Gefechte gelaufen bis du das gelesen hast oder bis es am Kiosk ankommt von der Druckerpresse her und das ist halt immer so eine Sache selbst bei Tagesnachrichten ist das schon eigentlich outdated wenn es bei dir ankommt also je nach Thema halt natürlich aber also die Queen ist tot wenn du es mittags liest ist die halt immer noch tot so da hat sich nichts geändert Entschuldigung ein bisschen ein bisschen despektierlich aber war jetzt ein passendes Beispiel fand ich aber wenn du sowas wirklich hast wo sich jetzt Fronten verschieben in dem Krieg und so weiter da bringt dir die Tageszeitung halt auch nicht so viel also zumindest nicht für die top aktuellen Infos wenn es dann um Entscheidungen geht die gehen in Friedensverhandlungen oder irgendwie sowas klar das ist dann wieder so ein relevanter Faktor vielleicht so wie EVG und Deutsche Bahn ne ja nennen wir es mal Friedensverhandlungen aber ich glaube dass es immer mehr schwindet und also gerade sowas was den Entertainment Sektor angeht was solche Zeitschriften angeht da können die Zeitschriften nicht mit diesem aktuellen Kram mithalten wenn es jetzt aber also rein Gaming Zeitschriften finde ich da entwickelt sich das drumherum viel zu schnell wenn es jetzt aber vom Gaming losgelöst Zeitschriften sind da würde ich schon sagen dass es da durchaus noch ne Berechtigung für Printmedien gibt aber speziell jetzt auf dieses Gaming Thema was du jetzt mitgebracht hast heute da würde ich sagen ist es eigentlich fast sinnlos ja also das ist verschwindend gering also wie gesagt so eine Retro Zeitschrift die dann so ein bisschen losgelöst ist vom zeitlichen Aspekt her okay genau aber da wäre mir dann schon wieder die Frage so möchte ich für ein Retro Retro Ding wo jetzt nur über alten Kaffee geredet wird quasi möchte ich dafür jetzt Geld ausgeben so das ist so muss man wollen glaube ich ja absolut also das ist dann aber glaube ich mehr so Sammler Aspekt so einfach eine Sammlung über alte alte Sachen zu haben oder so ja ganz genau wie du schon sagtest höchstwahrscheinlich sowas tagesaktuelles würde ich nicht mehr holen wenn man von in Anführungsstrichen tagesaktuell da reden kann aber unter diesem Sammler oder Retro Aspekt da bin ich doch schon eher gewillt so ein bisschen Geld noch auszugeben eben wie gesagt wenn ich mal wieder unterwegs bin was ich ja sehr oft bin dann kann es mal sein dass so eine Zeitung dann in meine oder Zeitschrift Entschuldigung nicht Zeitung Zeitschrift dann in meinen Rucksack wandert Ja also ich denke das ist auch völlig legitim ich würde es auch niemandem ausreden wollen sage ich mal das muss ja letzten Endes auch jeder selber wissen ich bin tatsächlich wie gesagt an dem Punkt dass ich sage ich würde es glaube ich nicht mehr machen aber ich muss tatsächlich sagen wir haben jetzt sehr viel über so Bahnhofskiosk und so gesprochen ich hätte tatsächlich wirklich mal Lust mal wieder durch so ein Bahnhofskiosk zu schlendern tatsächlich Ja ich laufe jeden Tag quasi ja aber du weißt ja also hier hier bei uns im Ort ist der Bahnhof ich warste da schon mal eigentlich also der gibt jetzt halt nicht so wirklich was her sage ich mal ist ja auch nur Straßenbahn genau und ja kannst halt nebenan in so einen Kiosk gehen aber das ist irgendwie nicht so dasselbe Feeding als wenn du in einem Bahnhof stehst obwohl es derselbe scheiß Kiosk sein kann so weißt aber irgendwie ist es was anderes der Kölner Hauptbahnhof hat sogar zwei also von daher naja ein Bahnhofskiosk ist aber halt auch irgendwie ein bisschen anders bestückt die sind halt so für diese Wartezeiten und solche Sachen da gibt es halt Bücher also wenn du jetzt hier um die Ecke in den Kiosk gehst die haben da kein Bücherregal richtig so also das ist natürlich schon ein bisschen anders ausgerüstet aber weiß ich nicht das mochte ich auch früher als ich noch in Göttingen gewohnt habe mochte ich das ganz gerne da war auf der einen Seite vom Bahnhof die Innenstadt auf der anderen Seite wenn du rausgegangen bist war halt ein Cinemax Kino so wenn du mal aus dem Kino rausgekommen bist bist du nochmal schnell durch den Bahnhof geschlendert auf dem Weg zum Bus oder so und hast dann nochmal irgendwie dir beim Burger King was reingeschraubt oder bist nochmal durch den Kiosk gestapft hast dann mal die neue Scheißschrift die neue Scheißschrift mitgenommen genau oder solche Sachen oder ich muss auch sagen für mich waren auch diese Bahnhofskioske je nachdem wann ich unterwegs war auch so eine Art Safe Place oh ja oh ja weil dann warst du nicht draußen bei irgendwelchen Idioten oder so ja ja dann hättest du halt drinnen so Idioten wie mich getroffen ja genau auch nicht besser hey willst du einen Podcast machen hier guck mal was ich in meinem Mantel hab oh ich bin nackt was guck mal eine Salami oh Gott oh Gott wir sollten glaube ich jetzt aufhören hier die Fleischwurst nimm sie nein nein gut in diesem Sinne das war das Thema Spielezeitschriften holt mich hier raus versus Online Artikel ich werde mich jetzt über den Christian her machen in diesem Sinne ciao ciao und bis zum nächsten Mal die Mimecast ist hier die Mimecast ist hier zu save die die Mimecast ist hier zu über Dinge die Mimecast ist hier und bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020